Hallo meine lieben Pferde und Ponyfreunde, es tut mir leid, dass das Video erst verspätet kommt. Eure Casuel grüsst euch. Ja, wir waren heute Morgen noch ein bisschen unterwegs und da habe ich leider noch nicht früher Zeit gehabt, um das Video zu starten. Na dann, dann wollen wir mal sehen, was heute, dem 23. Dezember 2017, schönes im Kalender ist. So, wo haben wir den 23., ich weiß nicht, das war der 29., alles klar, meine lieben Leute, dann müssen wir suchen. Ach da, alles klar. Ander, sorry, bei dem guten Haflinger. Ein Monokel, Winternachts-Monokel. Das sieht ja mal witzig aus. Ist halt definitiv eine Geschmackssache, aber ja, lösen wir es doch mal ein und gucken wir es uns dann in Star Stable an. So, wo haben wir ihn? Da, Gutschein Kurt, bitteschön. Und einmal bitte einlösen. Perfekt, Kurt eingerüßt. Supi, supi, dupi. Dann gehen wir auf Star Stable, besuchen wir das Star Stable. So, dann mache ich mal kurz den Bürtschen auf einmal aus, damit auch meine Daten nicht einfach so weiter kommen. So, da, 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 da. Mmm. Hmmm... Oh, ich find die Musik toll. Ja, heute kommt er noch im Stream um 2 Uhr. Das dauert ja auch nicht mehr so lange, ne? Wir haben jetzt 13.12 Uhr. Ja, ich finde das Bild so schnucklig, muss ich sagen. Haben sie echt hübsch gestaltet. Definitiv. Ich frage mich nur, was in Zukunft jetzt bei Starstablauern ablaufen wird, weil wir das Angebot vom Fuchs gehabt haben. Ich hoffe nicht, dass es weiterhin mit irgendwelchen Sachen ist. Ich hoffe nur, dass es nicht spezielle Sachen sind, die dann wirklich man sagen müsste, ja, man müsste die haben, sondern ja. Ich hoffe, das bleibt dann in einem angemessenen Rahmen. So, wir gehen jetzt zum Briefkasten. Und ihr seht schon, ich habe meinen neuen Style angeeignet. Ja, ich bin jetzt ganz im Pink unterwegs. Also die pinken Haare sind aktuell da. Ich denke mal, die werden lange, lange Zeit bleiben. Ah ja, ich hatte die andere Frisur so ein bisschen satt. So. Oh Gott! Ähm. Ich fühle mich jetzt so, wie aus mich gestern jemand beobachtet hätte. Alles klar. So. Äh. 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 Ich geh mal kurz meine Honey Cookie holen. Die hat ja noch das ganze Outfit vom Äh. Äh. Vom Dings. Ach. Wisst ihr was, Leute? Wir gucken das Monocular einfach so. Wir wissen ja, wie der Rest aussieht. Der Klamotten, ne? So. Nein, nicht rüber schwenken, Kamera. Ich möchte gerne das Monocular angucken. Warte mal. Wir machen das so. Ein bisschen näher, bitte. So. Das ist das Monocul. Ähm. Hm. Ich bin ja nicht so der Monocul-Fan. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es sieht so lustig aus, bestimmt für irgendwelche Motorräder auch. Denke ich mal. Das kann man bestimmt gut nutzen. Auch nicht nur zu den Klamotten, die man jetzt geschenkt gekriegt hat von Star Stable. Ja. Ich würde es eher so zu einem Motorräder tragen. Äh. Für eine spezielle Sache. So vielleicht für, hm. Weiß ich nicht. Ein Geschäftsmann oder keine Ahnung. Aber sonst, das ist für mich nicht so der Knaller. So. Wir nehmen das mal wieder ab. Aber ihr habt jetzt wenigstens gesehen, was es war. Ich hätte jetzt lieber was anderes gehabt. Jetzt vielleicht halt, äh. Weiß ich nicht. Stiefel oder sonst was. Das hätte mir jetzt mehr gefallen, als das. Aber ja. Ist auch ein kleines, nettes Gimmick. Nicht so schlecht. Aber gut. Meiner Meinung nach hätte es was besseres sein können. Ja. Ja. Ich wünsche euch viel Spass im Star Stable weiterhin. Ja. Diejenigen denen das gefällt, wünsche ich damit auch viel Spass. Die anderen warten wir halt ab, was morgen noch kommt. Und jo. Ich wünsche euch alles Gute meine lieben Pferde und Pony Freunde. Eure Kasuellen. Habt viel Spass. Und ja. Ein Daumen nach oben. Ein Like und ein Abo. Da freue ich mich immer darüber. Das wisst ihr ja. Egal wie und wo. Ein kleines bisschen mehr. Da freue ich mich drüber. Ich finde immer ähm. Was soll ich erklären. Kleinigkeiten finde ich immer schöner als tonnenweise. Da freue ich mich immer mehr drüber. Als man ja am Wiesenberg irgendwas. Zum Beispiel auch zur Weihnachtszeit. Wiesenberg an Geschenke oder sowas. Ich freue mich einfach über die kleinen Mengen. Über die kleinen Sachen im Leben. Jo. Dann wünsche ich euch alles Gute und viel Spass euch. Bye Bye.